Hallo und herzlich willkommen meine Damen und Herren hier auf dem Channel auf dem nächsten Saison. Den könnt ihr vor der Kamera und hinter dem Mikrofon. Euer René und ich begrüße euch heute recht herzlich hier zu einer neuen Aufnahme, zu einer neuen Folge von Let's Building Production Line Reloaded. Und wir befinden uns mitten im Game, wir befinden uns mitten im Spiel. Heute habe ich einiges vor, ich erweitere die Fabrik, ich werde den Entwurfsplan heute wirklich machen gehen. Und seid gespannt, was am Ende dieser Folge auf euch zugekommen ist. Musik 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 So und fürs Erweiterung lasse ich ja mal die Zeit vordringen, nur ein bisschen schneller machen. Und wir werden das ja jetzt erst einmal zukaufen. Und dann gehen wir hier die Planung machen. Ich weiß, dass ich mit der Motorenmontage hier irgendwie raus möchte. Oder eventuell sogar hier noch rüber gehen möchte. Das heißt aber auch, dass ich hier in diesem Eck hier beginnen werde. Zwar mit dem Fahrgestell. Das wären wir dann hier, hier. Ja, jetzt ist natürlich der andere Erforschung noch nicht abgeschlossen. Karosserie-Spezialisierung ist natürlich noch nicht abgeschlossen, meine Herrschaften. Nö. Weil Oh, ne. Genau. Dann gehen wir das einmal so vor. Lassen wir das mal vorreihen. Damit wir da ein bisschen schnür-schnür zu einer neuen Spezialisierung kommen können. Denken sollte ich auch mal was zwischendurch. Weil für die Planung muss ich natürlich auch Folgendes bedenken, dass ich eventuellerweise hier von der Seite dann auch noch zuliefern lasse an die Zubehörmontage oder vielleicht sogar noch weiter zuliefern lasse. Noch mehr also, ne. Zubehör. Dass ich hier vielleicht die Motorenspezialisierung drinnen hätte, müsste ich dann hier auch noch die Lackiererei drinnen haben. Ja, das würde sich auf jeden Fall ausgehen. Dann müsste ich hier halt eben irgendwie zuliefern, ne. Zulieferungen, ne. An die jeweiligen Ausgabestellen. Ja, da sind ziemlich viele normale Limousinen noch mit an Bord. Erkennbar an der Farbe. Ich werde mal da ein bisschen kurz umbauen. Notgedrungenerweise alle Slots upgraden. Ob sie dann anwenden. Die Motoren. Ich muss leider hier einbauen. so, ich muss. Tut mir leid. damit ich hier ein bisschen mehr an Ding reinkriege, ne. Mehr an Arbeits Willeke. So, Karosserie-Montage. So, ne. Jetzt kann man da uns noch dementsprechend hier diese hier mit reinziehen. muss nicht unbedingt sein. Muss nicht unbedingt sein. Jetzt wird sich da der Stau auflösen. Glaube ich mal. So kriegt man natürlich kurzfristigerweise auch ein bisschen mehr Fahrzeuge wieder zustande. Aber es werden ziemlich viele leimgrüne und dunklerote Fahrzeuge aufbaut. Seht ihr das? Ab und zu mal ein gelbes und die violetten kaum noch oder kaum kaum ein violettes Fahrzeug kommt hier raus. Hm. Interessant. Wie schaut die Statistik aus? Okay. Rosa hat sich schon mal verkleinert. Sehr schön. hat jede Station ein bisschen was zum tun. Außer beim Zubehör noch. ein violettes. Das ist ein Turbo Fahrzeug. Ja. Ja. I know it. Yes, I know it. I know it. I know it. Das geht man natürlich auch da rein. Da wird wahrscheinlich auch einiges ge... So viele Mingelfahrzeuge. Wieso haben die so viele Mingelfahrzeuge? Und geht da dann der Preis unter? Nö. Ich dachte wegen der Mingelfahrzeuge würde der Preis untergehen. Aber die verkaufen sie schon. Das wird schon gehen. Das werden wir schon machen. Das werden wir schon hinkriegen. Auch so ein Mingelfahrzeug muss halt auch Botenweine. Kostengünstig so zu tragen. Da fehlt da schon was. Nö. Also was soll ich das jetzt wieder? Jetzt kommt die Lackierung schon wieder nicht hinterher oder was? Interessant 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 So das war dann das Jetzt haben wir noch eine Forschung die Türen Spezialisierung Was ja sehr wichtig ist dann dann kann ich hier den Entwurf fertig stimmen gehen und planen gehen und dann schauen wir auch wo wir mit was hinkommen wo wir da mit was rein fahren werden wie wie schaut mit dem kredit aus 412 sind offen ok ja mit mängel 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 i i don't like it i want this one 4 fahrzeuge in der stunde werden hergestellt und fertig gemacht sehr schön ja dann würde ich sagen damit wir uns da nicht verkaufen damit wir uns da nicht komplett verkaufen gehen würde ich vorschlagen mal kurz durchschauen was haben wir da wir haben die die ist noch nicht nee dieses rahmen spezialisierung da hab ich noch nichts vorbereitet wir könnten ja schauen dass man da vielleicht gut die könnte ich schon mal erforschen gehen was nutzt man das wenn ich noch nichts offen hab das ist bei der Türen Spezialisierung drin oh die Haarzeug muss ich dann auch schon ein gut ich hab diversen Spezialisierungen noch nicht hier backen ne hab ich noch nicht ich würde sagen ich würde sagen vom 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 von Schutzbügel braucht die Stoßstangen Spezialisierung ja dann gehen wir die heute mit erforschen dann würde ich vorschlagen dass wir da mal in die Verwaltung auch reinkommen um das hier mehr Karosserien dann bei war Airbag kann man auch schon mal erworchen gehen und in der Zwischenzeit hätte ich mich da mal da um kümmern überrück ja und ich weiß ganz genau dass ich das jetzt da herangesetzt habe aber auch nur deswegen werde ich da jetzt ein paar Sachen zusammenziehen möchte als sozusagen als Ding hier Stoßstangen Spezialisierung müssen wir noch kurz warten dann gehe ich die halt auch mit aufbauen und wieso habe ich die gerade aufbaut ist eigentlich wurscht da kann ich eigentlich auch schon mal kaufen gehe nein ist nicht wurscht schätze ab in den entwurfs modus so überall kiefe ich motoren hause heck klappe weil meine meine herrscht und mit einiges meine ich auch einiges billig weil billig ist das nicht billig wird es mir nicht billig wird es mir nicht und und wenn wenn ich da fünf stationen hintereinander habe ist das auch kein thema weil dann kann man immer noch das ganze auch raus dividieren wo ich das brauche so wie schaut aus kommst du jetzt raus ja dankeschön stop stoßstangen gebe ich da ein da hin so mit der tierleiste gehen wir anotau direkt drauf das setzen wir direkt drauf und auch die ventilation und mit dem dach mit der dachmontage gehen wir dann als erstes rüber ach nee ja gut gut dass ich das jetzt andersrum habe weil gut flügel montage wird mir gerade erwoscht seht ihr das ist jetzt ein vortipp vom entwicklungsplan wenn ich mir jetzt so anleihe habe ich wenigstens jetzt nichts gekauft was umsonst wäre und zumindest sind mir die anderen fahrzeuge endlich verkauft wurden dann gehen wir auf den preis hin wie schaut es da aus passt was noch da ist der stau immer wie steht nur da der stau und da natürlich zu behör montagen haben wir mal fast nichts zum tun das sieht man die warten schon wieder zu lange das hier werden wir noch auf jeden fall erstellen wenn ich da die montage die erforschen kriege den plan erstellen wir uns heute auf jeden fall und beim nächsten mal wenn ich hier wieder mal für euch boot action line spiele werden werden wir hier umrösten umrösten ist immer so schön wie viele ein mal zwei mal drei mal vier fünf sechs sieben und acht acht stationen haben wir dann für die motoren montage und antriebstechnologie und und die bremsen und die räder und so weiter und so fort müssen wir dann schauen und da ist dann da hinbekommen weil dann brauchen wir die linien nur ein bisschen lockierer rein machen und dann hier rein in die motoren montage irgendwo werden wir dann auch dauernd einen platz lassen für den da könnte ich kraftwerk mal rein das wird schon klappen so das waren jetzt diese hier das waren jetzt die Kotfüllen hinter die ventilations montage dann haben wir da die dachmontage mit der gehen würde ich jetzt gerne rausgehen wollen ja muss ich sowieso die ist ziemlich groß okay ja dann gehen wir so rum dachmontage die türen würde ich auch noch mal extra nehmen allerdings würde ich dann da die fenster und die spiegeln schon mal so mit rein nehmen das wäre dann das ja gewesen mit der lackierung da wird es dann rausgehen und da rein kann man da rüber gehen wieder die farbkondierung da auf jeden fall so weit raus mit der nächsten trocknung trocknen würde ich dann in diesem bereich rüber gehen wobei ich die trocknen da schon mal mir plan ne ne das ist die finale das ist die finale lackierung so plan ich da mit drei lackierungsstraßen so und dann da halten halt noch die förderband mäßig wird es dann da so rausgehen ja das kann man so machen dann halt da so rüber rein da so gehen wir das hier auch mit anmieten so da kommt das band runter antriebsmontage da würde ich auf jeden fall das system wieder verringen äh mit zwei frei reifenmontage nein reifenmontage habe ich anders bremsen felgen und reifen ja dann machen wir die halt so zusammen wäre das dann so und ab da würde dann äh vorwärts gehen die zubehörmontage würde zumindest dementsprechend gut aussehen von der erwicklung her hoffe ich also da würde es mal in diese richtung gehen rüber 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 so so das wird dann da da runter da so und so das ist natürlich blödsinn und das dann so wollen wir es gleich aufbauen ich meine jetzt so für ein ding ne für den testbetrieb ich meine mit 1,5 könnte ja was ausgehen da habe ich da einen importer da habe ich einen importer drin dann hole ich mir da dann hole ich mir da irgendwo also den importer bräuchte ich dann auch noch da aber der wird sich nicht eins gehen ne ne da braucht es Förderband gut macht nichts macht nichts macht nichts macht nichts ich habe da eher einen importer den wir aber da nicht machen sehr schön so gut dann würde das so hingehen und jetzt gehen wir mal eines nach dem anderen hier aufgucken dann machen wir hier noch die Lippenschlüsse so geht hier noch aus finanz finanz rhythmisch gesehen zur zelt und alles angeschlossen wenn es da wird also habe ich was vergessen wenn es da wird also habe ich was vergessen wenn es da wird also die spüren ja die spüren ja die spüren schön ne schön wenn ich die spüren vergesse jetzt ist da jetzt nicht also ja gut ja da noch rein da muss ich es auch rein so dann muss ich da noch so dann muss ich da noch so du kommst da rein so jetzt wird es gleich kriminell ich werde jetzt gleich abreißen du kommst weg ich würde aber nicht alles gleich aufreißen sondern auch die anderen modelle erstmal weiter fertigen lassen ne ich habe nämlich absolut keine Lust und Laune dazu dass ich mir da meine ganzen Fahrzeuge jetzt äh ein verschwindet Bus machen raus ja und diese Folge wird schon eine Überlänge schön was ich aber machen kann Moment ich kann mir da kurzfristig mal mit einziehen da so lange bis ich hier das hier leer habe das hier das hier das hier das hier ist Kann ich ja dabei da noch in die Zubehörmontage da so reinfließen lassen. Dann werden die neuen Modelle schon mit vom Band laufen und die anderen Modelle noch vom alten, also das alte Band wird geleert, um die Umstellung halten. Habe ich halt heute in dieser Folge schon mal viel mehr gemacht als geplant worden. Nicht nur geplant, sondern auch schon hier die ganzen Trocknungen gemacht. Also in der ersten Reihe, da geht es ganz gut. Das sieht man, wo es Anfang zum Staunen ist, halt dann in diesem Bereich. Und somit senke ich hier aber auch gleich die Kosten, dass ich diese hier gleich wieder abreiße. Und sobald von der Seite hier alles weg ist, mache ich es hier dicht. Ich lasse diesen hier auch noch auslaufen und baue schnell neu auf. Finanziell geht es wieder aus. So. 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 Montage hier alles zusammenkommt und ab der Motorenmontage dann alles auf einem einzigen Band durchläuft oder so. Das ist halt ein Kostenversparer, ich komme auf die 2 Millionen Grenze. Jetzt machen wir da unten kurz dicht. Warten kurz hier ab, dass das Band komplett leer wird. So, Zulieferung findet dann dort statt. Ein bisschen aufräumen hier. Zubehör. Da machen wir das gleiche System jetzt. Scheinwerfer. Zubehör. Zubehör. Randscheiben. Klima. In einem Raum. Die Bedienerlemente. Dann würde ich aber die Elektronik... Jetzt habe ich mich ein bisschen verhunzt. Wo habe ich die Elektronik jetzt hin? Plötzlich bin ich da so zusammengekommen, habe ich auch einzige Elektronik, ne? Na, dann ist es schon. Mach mal so. Mach mal so. ... ... ... ... ... ... ... ... So, dann gehen wir da kurz das machen. Jetzt ist alles angebunden, da unten auch, und weg damit, und stopp, hab die ganzen Updates vergessen. Ich muss ja die Updates auch noch reinhauen. So, aber jetzt das erste Fahrzeug vom komplett neuen Band. Würde ich gerne da jetzt nochmal drüber laufen lassen. Dann wird ein Turbosand, Qualitätssicherung und weg damit. Da ist er. So, kommt mir das Ganze jetzt schön durch oder nicht? Da unten stoße ich es auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt noch. So, hier geht es mal da unten da machen. Das werden wir jetzt auch noch schnell hinkriegen. So, löst es euch da mal ein bisschen auf vielleicht. Wenn möglich. Da löst es sich auf jeden Fall auf. Da geht es schön flott durch. Da schaut es gut aus. Da wird es sich auflösen. Und da, 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 da. Und dann, da, da. So, ich würde sagen, mit diesem Bild, meine Damen und Herren, bedanke ich mich heute bei euch fürs Zusehen, ich verabschiede mich und ja, es ist eine etwas längere Folge heute geworden, aber wurscht nicht, ihr habt miterlebt, wie ich da jetzt geplant hatte und wie ich jetzt meine neue Straße aufgebaut habe, die erste, meine Damen und Herren, denn ich werde da noch ein bisschen holbar und ein bisschen größer und ein bisschen breiter und ein bisschen mehr und damit ich hier noch mehr Fahrtäuche, noch mehr Kohle machen kann. Wie, wo, was waren wir genau, eventuellerweise beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal oder auch nicht. Zeitgespannt, bleibt dran, wie es weitergeht. Danke fürs Zusehen und Tschüss, Servus und Bye Bye. Danke fürs Zusehen und Tschüss.